Hallo, ich bin Jochen Biel von Bielen-Wiedemann. Wir sind Spezialisten für Automatisierungs- und Sicherheitstechnik mit AS-Interface. Wie jedes Jahr sind wir wieder Aussteller auf der SPS. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei allen bedanken, die uns in Nürnberg besucht haben. Das Interesse an unseren ASI 5 und IO-Link Highlights hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch auf der SPS 2020. Vielen Dank.